Jedes Mal, wenn du zur Rennstrecke fährst, hast du dieses gewisse Gefühl. Der schnellste Volkswagen R aller Zeiten steht hier in der Halle. Das ist der Golf R 20 Years, ein Sondermodell zum 20-jährigen Jubiläum des Golf R. Das ist ein Vierzylinder, zwei Liter Turbo. Basis ist hier der Golf R. Wir haben zum einen eine gesteigerte Motorleistung jetzt um 13 PS. Das Auto hat jetzt 333 PS. Wir haben einen vorgespannten Turbolader. Das bedeutet, auch wenn ich jetzt vom Gas gehe, wird der Turbolader immer auf Drehzahl gehalten, damit eben, wenn ich wieder ans Gas gehe, der Turbolader sofort anspricht. Der Reifen, der macht natürlich einen großen Unterschied im Vergleich zum Vorgänger. Wir fahren die Rundenzeit so, wie das Auto auch vom Run fällt. Das heißt, komplett seriennah. Wir haben den Fahrdynamik-Manager nochmal nachgeschärft in Verbindung mit dem Nürburgring-Mode. Der ist tatsächlich auch hier entstanden am Nürburgring. Und das spürst du, wenn du mit dem Auto auf die Nordschleife fährst. Das Auto ist vertikal ein bisschen weicher. Hochsplitter-Einsatz ist dahingehend angepasst worden, dass das Auto um die Hochachse schnell dreht. Also das, was du auch auf der Rennstrecke brauchst, um das Untersteuern zu vermeiden. Die Drosselklappe ist nicht geschlossen, wenn wir vom Gas gehen, sondern bleibt immer leicht geöffnet. Und gleichzeitig, der Turbolader bleibt immer auf Drehzahl und wird vorgespannt. Das sind auf jeden Fall Maßnahmen, die uns extrem geholfen haben auf der Nordschleife. Und da spürst du einfach, dass das Auto jetzt nochmal deutlich besser am Gas hängt, als der Serien-Golf 8R. Dieses Auto ist der Beweis dafür, dass Volkswagen R die Wurzeln im Motorsport hat. Das hier heute war Motorsport. Das war heute wieder eine Teamleistung. Wir sind heute eine Rundenzeit von 7,47,3 gefahren. Das ist eine absolute Ansage mit so einem Auto. Das ist ein vollwertiges Familienfahrzeug mit fünf Sitzen. Damit fahre ich jetzt die Rundenzeit und im nächsten Moment fahre ich zum Bäcker oder in den Baumarkt. Also das ist wirklich ein Allrounder, der letzten Endes alles kann. Wir sind der schnellste R-Golf aller Zeiten.